Ja Grüße euch und ein herzliches Hallöchen und Willkommen zur nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Ach Leute, Horizon Zero Dawn, deshalb so unmotiviert, weil irgendwie ist es draußen so dermaßen kühl jetzt. Aber in der Wohnung, obwohl wir die Fenster offen haben, kühlt das nicht ab. Äh, ja entweder sind wir verflucht oder... Dr. Solberg, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Feurer. Bitte in den 34. Stock. Äh, wie bitte? Was? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Hä, Leute, so ein bisschen... Ja, Leute, also ein bisschen zu spät. Haha, Leute, er kam ein bisschen zu spät. Okay. Ein welchen Stock müssen wir? Begib dich zu Ted Faros Büro. Ja, ich muss... Äh, ich muss auf jeden Fall... Hä, äh... Äh... Was? Ich muss auf jeden Fall, äh, noch eine Folge draufschmeißen, Leute. Weil sonst, ähm, speichert es ja nicht. Weil das ist das, was ich an den Spielen eigentlich am meisten kritisiere. Ja, cooles Spiel, gefällt mir richtig gut. Aber was ich am meisten kritisiere an Horizon Zero Dawn ist, dass du einfach nie und nimmer speichern kannst. Also, bei Larafeuer, klar. Aber wenn du in einer Mission drin bist, gibt es nirgends einen Speicherpunkt. Ah, das liebe ich ja besonders an Spielen, Leute. Tja, dass man nicht nimmer speichern kann. Das hasse ich. Naja... Mecka, 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 mecka... Be-be-be-be... Ach gut. Ein Wahnsinn. Ja. Egal, äh, illigal... Äh, wohin muss ich jetzt eigentlich? Ah! Ein Todbringer. Ein wo... Was? Oder zumindest eine Statue davon. Ja! Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Pharaoh Automated Solutions. Wo alle Probleme von morgen... schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie den Faro Focus bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Faro setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Faro Automated Solutions, für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Fokus gebaut. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt und Geräte. Sowas war in ihrer Welt wohl normal. Was ist das? Um das Notizbuch anzuzeigen. Nö, danke. Kein Notizbuch da jetzt. Ein Todbringer also. Ah, okay. Was ist das da? Okay, ich muss nochmal... Also, die haben den Fokus hergestellt. Okay. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Okay. Ja. Also. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich das mal, wenn ich was sagen will, werde ich unterbrochen, Leute. Das ist krank. So, dann haben wir das einmal. Jetzt müssen wir da irgendwo hin. Ich schätze mal, da oben müssen wir hin. Oder? Oder? Leute. Also, begib dich zu Ted, begib dich zu Ted Pharoos Büro. Irgendwas haben wir da aber. Aber da haben wir einige Sachen. Das finde ich cool. Also, alles irgendwie so komisch, düster da drin. Noch ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Okay. Dann schauen wir mal, was das ist. Textnachricht von J. Fritkin. Datenbeschädigung minimal. Ja, ich will mir das alles nicht durchlesen, Leute. Weil, ehrlich gesagt, interessiert mich die Story und nichts mehr. Also, ist nicht so Nebensachen irgendwie. Aber, was ich schon cool finde, ist, ist, dass die, äh, dass die da den Fokus gebaut haben, Leute. Okay. Leute! Das ist jetzt mich erschreckt. Wahnsinn! So, und jetzt? Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Äh, was denn? Was kannst du als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen? Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Oh, Tom Brader. So, und jetzt? Äh, Leute! Schon wieder? Jäger? Was ist da jetzt? Rampe benutzen. Weiß schon wieder nicht, wo ich hin muss. Nothing quer, was ich scheibe, Bo ein, powkannisch Oh, genau das ist ein Um, wo er nicht kommt. Ja, eigentlich wollte ich das jetzt nicht. Ja, eigentlich wollte ich das 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 nicht. Okay. Okay. Ja, eine kleine Bergwanderung gefällig. Na, Eloi. Also, wir sind Lara Croft, ihr Lieben. Wir sind Lara Croft. So, und jetzt? Ich muss nach oben und nicht nach unten. Aha. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Na ja. Kein leichtes Gepäck. Gibt es da nicht im Spiel. Bin immer voll. So. Jetzt habe ich so viel Leben verloren, nur weil ich so oft runter... Nein, Entschuldigung, wo ich mir gefallen bin. Da bin ich aber gespannt, was mich da erwartet, Leute. Hallo. Ach, Leute. Ach, Leute. Leute, muss das sein? Ja, ich kann eh nur darüber, aber wie mache ich das? Ja, jetzt danach. Leute. Fettes Fleisch, Leute. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist total zerstört, das Gebäude. Hallo? Ted Faro. Bin aber gespannt, wer dieser Ted-Lehrer nicht tatsächlich war oder so. Keine Ahnung, gar nicht da durch. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ja, Eloy, hättest dich wohl wärmer anziehen sollen. Hm, hm, hm. So, was ist das da? Es regt jetzt auch noch. Leite! Nicht! Genau. Jo, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Äh, ja. Also, entschuldigen, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Sie sind verkrankt. Was ist da los, Leute? Ich will nach oben. Ich will nach dieser Folge die Session beenden. Und diese Quest nimmt keiner ein. Keine Ahnung. Das ist bis jetzt die längste Quest, die es überhaupt in dem Spiel bisher halt gegeben hat, Leute. So, noch einmal. Probieren wir es. Ja, dann hole ich mir das noch einmal. So, und jetzt? Genau, das ist es. Wo muss ich da hin? Toll, echt. Zeigt mir da drüben. Aber ich kann da nicht... Was ist da? Okay, kann ich da irgendwas looten, oder so? Okay. Wartet mal kurz. Das ist da vielleicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Leute. Ich muss auch ein bisschen looten nebenbei. Ach, gutes Fleisch. Hm, leckeres Fleisch, Leute. Lecker. Leute. Ähm. Da, nö. Da gehe ich nicht runter. Da bin... Da schon wieder. Nö, danke. Will ich nicht. Ich will die ganze Geschichte von dem ganzen Ding, das ich wissen hätte. Also. Ich bitte, Leute, Entschuldigung, ich bin schon... Ich bin schon angepisst genug. Und man braucht nur ein paar Griffe. Ich bin schon angepisst genug heute. Weil, erstens mal, diese, ähm... Unglaubliche Struktur, was man Gebäude nennt, oder genannt hat, dazu erklärt, dass es ja möglich ist. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist? Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nur, dass es Überzeit geben wird. Nö, ich habe eh vieles geschnitten, Leute. Also, ich werde wahrscheinlich vieles geschnitten haben, weil ich so viel gemeckert habe und so viel herum passiert ist. Und, nö, also das, äh, keine Ahnung, wo ich da schon wieder hin soll. Was ist denn da jetzt? Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie erfahrlich genutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Gartei ist wiederhergestellt. Ich habe nichts verstanden. Ich scanne den Datenpunkt. Okay. Ja, okay. Aufzeichnung, 31 Oktober 2065. Elisabeth, gut als, ähm, lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen. Sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also, schmuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killer-Roboter? Friedenswächter. Ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Ideen, Liz. Wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobek hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Doch. Scan, Datenpunkte. Ja, das kommt die ganzen Datenpunkte. Scannen, 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 scannen. Das geht jetzt da drei Folgen. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killer-Roboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation. Sich selbst. Schwarz zu etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation. Das ist Ausortung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja. Bevor alles rauskommt, meinst du. Läs nicht du alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tue es. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Ja klar, sie ist ein bisschen sauer. Die Pharooroboter haben alles Leben auf der Erde bedroht? Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei, wieder hergestellt. Projekt Zero Gone. Himmels. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das? Das? Ich wollte ein Heilmittel von dir. Aber das hier ist noch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar. Aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das? Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboter-Kommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib. Und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmelis. Du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sie ist positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Was war an Ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Ja, anscheinend gar nicht. Exekutivzugriff. Erkannung. Schnell der Zug geöffnet. Ja, also anscheinend gar nicht. Ich hatte mehr erwartet. Du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharooroboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wäre es jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Ich verstehe. Okay. Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese... Elizabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eklipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist eine Verbindung zu Elizabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharoor-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also. Was hat Elizabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und... Bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Boah. Leute. Ich bin schon über Zeit. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte. Sucher nach altem Wissen. Wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eklipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eklipse arbeite, ist die Antwort Nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein. Ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Faroroboter? Und du weißt schon länger, dass die Faror-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden? Wer ist Hades? Soweit ich sagen kann, befolgt die Eklipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eklipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, ein Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Hades, das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elisabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eklipse Pharo-Roboter. Doch wenn Elisabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal. Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eklipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist... kompliziert. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutiker zumeist. Ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Demolition, man! Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Okay, danke. Ich bin fertig mit dir. Elisabeth sagte, Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboter-Kommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Oseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt, BOR-7-Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Ich treffe, ich treffe dich, wenn du dort... Ja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und jetzt zum OS-Roboter-Kommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Ja, abseilen! Queen! Die... Die jetzt ganz unten? Leute! Ja. Gut, ihr Lieben! Und einmal... Jawohl! Runter da! So, ich bin fertig. Wer noch? So, ihr Lieben! Die Folge ist aber vorbei und ich seile mich jetzt da komplett runter. Das wird meine unglaubliche Übelzeit, aber es macht ja nichts. Wir haben einiges Interessante erfahren. Äh, ja. Wir haben einiges Interessante erfahren, Leute. Einiges... Was? Einiges Interessantes, Leute. So, ich würde mal sagen... Jawohl! Wir sind fertig, ihr Lieben! Und ich werde jetzt einmal zurück marschieren zu diesem einen, ähm... Punkt, dort wo wir speichern können. Wir haben... Ja, zwar einiges an Überzeit, aber es tut mir auch leid, aber es ist einfach so, weil, ich finde, wenn einer die Folgen gerne schaut, die ich mache, dann, ja... Schaut es derjenige eh entweder ganz an oder gar nicht. Also, wenn es einer macht, hoffe ich doch ganz an. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich bei jemandem 40 Minuten sowas geschaut habe. Also, es ist wirklich so. Ja, das ist aber so eine lange Folge hatten wir tatsächlich bei hier, bei Horizon Zero Dawn, was ich weiß noch nie. Ah, Leute, so da, ihr Lieben. Dann speichere ich ein... Schnee und Nebel. Sei einfach leise. So, ich speichere auch manuell. Den manuell speichere ich auch. Düsterer Vergleich. So. Grabhort, begib mich zum Grabhort. Okay, das werde ich dann als nächstes machen in der nächsten Folge und auch nächsten Session, ihr Lieben. Also, macht's das gut. Bis dahin, Game Over. Euer Horst, die... Ciao.